Der FC Hollywood ist zurück, die Bayern feuern Trainer Julian Nagelsmann. Die Entscheidung ist gefallen, Julian Nagelsmann, 35, wird mit sofortiger Wirkung als Trainer des FC Bayern entlassen. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Thomas Tuchel, 49, der 2021 mit Chelsea die Champions League gewinnen konnte. Nach dem 1 zu 2 am Sonntag gegen Leverkusen äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidi seine Unzufriedenheit und bemängelte die fehlende Antriebskraft und Durchsetzungsvermögen des Teams. Dies scheint der berühmte letzte Sargnagel gewesen zu sein. Der FC Bayern ist offenbar zu der Überzeugung gekommen, dass Nagelsmann die Hauptschuld an der verspielten 10 Punkte Differenz zu Borussia Dortmund trägt. Trotzdem kommt die Trennung überraschend. Zuletzt hatten die Verantwortlichen des Vereins immer wieder betont, dass sie an dem jüngsten Bayern-Meistertrainer der Geschichte festhalten werden. Nagelsmanns Erfolge in der Champions League sind unbestritten. Acht Spiele, acht Siege, darunter das begeisternde 2 zu 0 gegen Paris. Er übernahm den FC Bayern am 1. Juli 2021.